Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Jubel News von Florian Silbereisen Er kann sein neues Glück kaum fassen. Florian Silbereisen kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Eine Freudenbotschaft jagt im Moment die nächste. Der Niederbayer ist wirklich vom Glück geküsst. Florian ist auf der Überholspur. Das nächste Highlight lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Am 14. März präsentiert Florian Silbereisen im ersten Schlagelobesturé 2020 die total verliebte Frühlingsshow. Dort wird es dann wieder eine Freudenbotschaft geben. Denn Florian wird seinem alten Kumpel Stefan Ross als Trauzeuge zur Seite stehen, wenn der seine Verlobten Anna-Karina-Wolz hat live im TV das Jahr Wort geben wird. Florian Silbereisen lässt alle Herzen höher schlagen. Aktuell begeistert Florian Silbereisen mit zahlreichen Kollegen auf seiner Tournee das große Schlagerfest XXL die Party des Jahres. Noch bis Mitte Mai ist er in den größten Hallen der Republik unterwegs. Und weil die Fans in Massen zu den Konzerten pilgern, erhielt Florian nun sogar einen Preis den Diamantiket Award. Seit 2005 besuchten schon 1,5 Millionen Musikfreunde seine feste Tourneen. Alleine in diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit mehr als 150 000 Zuschauern bei den insgesamt 26 Shows. Was für ein Wahnsinn! Danke fürs Zuschauen! Bitte schauen Sie sich das nächste Video an!